Ladies and Gentlemen, grüßig-pupsig ist am Start und heute mal wieder mit einem Geisteskranken-Video, Leute. Die erste Episode kam bei euch so gut an und deswegen kommt heute mal wieder Fallschirmbett, Leute. Und zwar gegen Max, der da gerade ein bisschen meditiert. Max, meditierst du damit, du ein bisschen besser verkraftest die Niederlage oder was machst du da gerade, hä? Ich meditiere dafür, dass ich krasse Autos finde. Okay, ich... Ich glaube, das war ein bisschen zu viel mit Touren unterwegs. Und zwar, Max, heute das erste Mal im Fallschirm-Battle mit den Autos. Verstehst du, was eigentlich heute auf dich zukommt? Wir steigen in diese Flugzeuge, werden losfliegen, haben eine begrenzte Zeit im Flugzeug, bis der Schleudersitz sich löst. Dann werden wir rausgeschleudert und müssen mit dem Fallschirm an einem Auto landen. Je nachdem, welches Auto am nächsten zu unserer Landung ist. Das müssen wir für die Challenge nehmen. Und ich sage so, du musst einfach mal ein schnelles Auto finden, ein ganz, ganz schnelles Auto. So schnell wie möglich. Dann ein bisschen größeres Auto. Vielleicht ein bisschen was zum Kämpfen, sage ich mal so, als kleiner Teaser. Und ein Überraschungsauto. Kannst du machen, was du willst? Vielleicht ein Muscle Car, vielleicht ein Fahrrad. Okay. Vielleicht kannst du ja auch, ja, ich weiß nicht, ein Boot nehmen. Okay, Boot, weiß nicht. Der ist vielleicht nicht so schlau. Aber ich würde sagen, der ist deine erste Pilotenfolge. Ich steige jetzt erstmal als Pilot in dieses kleine Flugzeug ein und fliege. Ich fange jetzt mal durch. Max, hörst du mich? Hallo, hallo. Ja, ja, ich höre dich, ich höre dich. Sehr gut, Leute. Ich fange an, du wartest hier, bis ich die Landeerlaubnis dir gebe. Und ich würde sagen, Leute, sobald wir in der Luft sind, ist die Zeit beschränkt, bis der Schleudersitz sich löst. Oh, da ist noch ein Helikopter am rumfliegen. Nicht so, dass wir gegen den fliegen. Das wäre ja nicht so gut. Und jetzt sehen wir unten ganz viele Autos. Und mein Flugzeug ist übel schnell, Max. Wow, du bist ja eine richtig kleine Flitze. Wow, guck mal, wie viele Autos da sind. Ausweg, toll. Ich fliege. Oh, ich habe es wieder geschafft. Ausweg, du bist ja voll lost. Hey, Bro, was passiert denn hier? Ich muss mich jetzt konzentrieren. Welches Auto nehme ich als erstes? Ein Sportwagen, ein dickes Auto oder vielleicht sogar, ich weiß nicht. Wir fliegen jetzt mal hier rum. Mit welchem Auto fängst du eigentlich an, Max? Ich weiß noch nicht. Ich würde gucken, was ich sehe aus der Luft. Bro, irgendwie sehe ich fast nur LKWs. Ist das ein Zeichen, dass ich einen LKW nehmen soll? Vielleicht einen LKW oder was anderes? Oder hier im Wohngebiet irgendwas nehmen? Oder ich nehme jetzt einfach mal hier... Nein, das hat sich gelöst. Oh, nee. Oh, nee. Ich muss schon den Vollchip zünden. Guck mal, wie das Flugzeug fliegt. Guck mal. Das arme Flugzeug. Oh, oh, oh. Das ist da gelandet. Ey, das Flugzeug war ja auch so schlecht. Oh, jetzt musst du dich entscheiden. Okay, aber es sind sehr viele Autos unter mir. Und jetzt ist die Frage. Gehe ich auf so ein, ja, wie soll ich sagen, massigeres Auto, so zum Battlen oder... Oh, da ist was explodiert gerade. Gehe ich auf ein massiges Auto zum Battlen? Max, was denkst du, hä? Wir müssen hier ein Auto auswählen, was so gut geeignet ist zum Kämpfen, sag ich mal, ne? Oder halt ein bisschen größer ist. Irgendwas explodiert hier die ganze Zeit auch in der Stadt. Ich glaube, da fliegen noch mehrere Leute mit Flugzeug. Ich bin richtig gespannt, für was du dich entscheidest und auch was du kriegst, ne? Äh, ich hab... Oh, da ist ein sportlicheres Auto. Das ist ein sportlicher... Ich würde es gar nicht, ich würde es gar nicht, denn... Na, 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 oh! Hast du gesehen, wo ich gelandet bin, was am nächsten war, ohne es zu wissen? Der LKW. Ja. Der LKW. Hast du zumindest schon mal ein massiges Auto? Also, ich sag mal so, es ist massig, aber ich weiß nicht, ob es gut ist. Aber ich nimm's mit. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall mein erstes Fahrzeug. Ich fahr jetzt erstmal zu dir rüber und dann sehen wir uns gleich wieder. Gar nicht mal so schlecht, Junge. Gar nicht so schlecht. So, Max, Alter, was passiert denn hier? Ich bin angekommen. Guck mal, ich hab mein erstes Auto aus Stinger gebracht, so. Ja, okay. So, guck dir das an. Jetzt musst du auf jeden Fall dran. Mal gucken, für was du dich entscheiden wirst. Ich wünsch dir auf jeden Fall viel Glück. Irgendwie unsere ganzen Flugzeuge sind kaputt gegangen. Aber scheinbar hast du dich gut ausgerüstet, mein Freundchen. Ich hab hier so ein altes Propellerflugzeug. Ja, ich seh schon. Oh, ich muss jetzt dir zuschauen, Leute. Jetzt schauen wir Max mal zu. Er fliegt auf jeden Fall. Wo fliegst du denn hier gerade? Oh, ich muss hier erstmal kurz gucken. Oh, da ist ein anderes Flugzeug. Flieg doch in das Flugzeug rein. Darf ich dir ein anderes Flugzeug auch nehmen? Theoretisch gesehen schon. Ich muss mir jetzt hier erstmal einen Überblick verschaffen. Okay, okay. Mal gucken, ob was ich hier gehen will. Oh, oh, hier die Brücke, die sieht... Oh, da fährt ein Bus. Fall so ein großes Auto. Oh, was sind das für... Oha, du hast echt, glaube ich, eine gute Richtung gewählt. Hier fahren übelst viele Autos rum. Ja, ich seh da unten auch den Bus und so. Der Bus und so, ja. Aber je nachdem, worauf du gehen willst. Ob hier so ein Sportwagen da ist, weiß ich nicht in diesem Gebiet. Aber so große Fahrzeuge, glaube ich, hast du echt nicht richtig dafür entschieden hier zu gehen. Also sehr viele, große... Ja, ich glaube, ich werde mir auch erstmal ein großes holen. Ja, du musst nur aufpassen, dass der Schleudersitz löst, weil jeder... Du kannst dich immer lösen und dann geht's los. Ich werde nur noch mal ganz kurz gucken. Ich werde mir das als Backup behalten. Ich werde noch mal ein bisschen Höhe gewinnen. Okay, Höhe gewinnen. Weil ich weiß, dass hier in der Nähe ist auch eine Feuerwehrstation, weil ein Feuerwehrwagen wäre übelst krass. Was Sumo-Battle angeht... Da unten ist ein fetter Roter. Ich spring raus, ich spring raus. Oh, was? Oh, 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 oh. Okay, ich habe keine Ahnung, wie du gemeint hast, aber... Oh, dein Flugzeug ist erstmal explodiert. Perfekt. Hoffentlich fällt das Auto jetzt schnell weg von dir. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er? Nein, ich Idiot, ich sehe ihn nicht, ich sehe ihn nicht. Du hast ihn verloren. Hä, er war gerade... Du hast ihn verloren. Nein. Oh, oh, was ist er? Er war gerade hier, wo ist er? Oh, was wirst du jetzt nehmen, mein Freundchen? Hä, das war so ein fetter Roter mit LKW. Na, jetzt bist du wohl in die falsche Richtung geflogen, mein Freundchen. Und jetzt ist die Frage... Oh, 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 der Gelbe sieht gut aus. Der Gelbe sieht nicht schlecht aus. Der Gelbe sieht nicht schlecht aus. Oh, was denn Landung? Ein Muscle Car? Also ich weiß nicht, ob es denn schon ein Sport war. Ich werde den Muscle Car als Allrounder nehmen. Ey, bleib hier, Junge. Knall den ab, knall den ab, knall den ab, knall den ab. Ich hab keine Waffen dabei. Hol den dir, hol den dir, schlappe den, Junge. Ey, Max muss doch vielfaltig hinterher, denn wie so ein kleiner Mann. Und wir warten, bis Max ihn dann geholt hat, Leute. Alter, Max, du hast ihn ja... Oh, Max, Alter, du hast ihn einfach abgeknallt, den Arm. So, zack. Ja, okay, nice. Dann bring mal das Fahrzeug her. Also ist jetzt nicht so... Äh, hallo? Ist okay, ist okay, ist okay. Ist jetzt nicht so sehr massig, aber... Ist, ist okay. So ein Allrounder-Car, ist in Ordnung. Ist echt ein gutes Fahrzeug. Wir sehen uns gleich, wenn Max bei uns da angekommen ist, Leute. Oh, Max hast deinen Schlitten hergebracht. Aber guck mal, wie klein er aussieht beim LKW. Aber mal gucken. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich vielleicht ein bisschen schnelleres Auto finde. Oder ist auch so ein Allrounder wie du, weil das ist eigentlich, glaube ich, eine gute Wahl gewesen, Bro, von dir. Ich sag dir ehrlich, ich bin ein bisschen leidisch. Ja, so, so, als Allrounder ist okay, das Ding. Weil ich denke, du hast noch genug Zeit, um ein Großes zu finden und alles drum und dran. Und so ein Ding ist schon, ja, nicht schlecht. Vielleicht gehe ich auch in dieses Gebiet und guck mal nach Muscle Castle. Bei der Grove Street irgendwo, dies, das, adalas, vielleicht haben die da was Schönes. Aber ich bin jetzt erst mal in der Luft. Guck mal, da ist ein Zementbagger oder so, Leute, unter mir. Der wäre auch stark für so ein dickes Battle. Oh, hier unten dieser Rote mit einem riesigen Anhänger. Aber ich brauche kein großes. Vielleicht ist das der, den ich meinte. Ja, kann echt sein, kann echt sein. Ich weiß auch nicht, wo der auf einmal hin war, ey, keine Ahnung. Ja, du bist auch ein bisschen komisch rausgeflogen, sag ich dir ganz ehrlich. So, wir gucken jetzt mal, was hier so rumfährt auf jeden Fall, Leute. Takowagen. Ah. Okay, okay, okay. Ich denke, man könnte hier echt ein gutes Fahrzeug finden, so. Okay, doch, 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 doch. Ich glaube, ich will jetzt nicht irgendwie wie ein Nachmacher klingen, Max. Aber, weißt du, was ich jetzt mache? Ich mache den Schleudersitz. Und jetzt, pass auf, du denkst jetzt sicherlich, was macht der Idiot, oder? Warum ist der so weit oben? Wohin fliegt er? Aber ich habe schon eigentlich ein Auto im Kopf. Also das fährt da vorne. Ich weiß nicht, ob du es siehst. Siehst du, das orange ne da? Naja, er will auch diesen Maske klingen. Also ich finde es echt süß, aber ich wollte ein bisschen in die Luft gucken, so was hier noch süß ist, weißt du so. So vielleicht ist er noch ein bisschen besser. Aber wie findest du eigentlich den Orangenen und so? Sag mal ehrlich. Der sieht aus wie der, den ich mir auch genommen habe. Echt? Ist das denkst du der gleiche oder ist der André? Ich glaube, das ist der gleiche, ja. Echt? Weil der hat ja auch so Rettigstreifen, meiner, ja. Okay, aber es gibt vielleicht, okay, weil gucken. Nee, warte, ist der das? Nein, nein. Nee, der ist voll scheiße. Das ist der gar nicht. Das sah so gut aus von oben. Das sah von oben voll gut aus. Nein. Oh, warte. Bam! Was haben wir denn hier? Jungs, ey. Yo. Das geht von Phoenix. Yo, ihr Gangsters. Steigt mal aus. Yo, no breathes. Ah, ist okay. Ja, ich würde sagen, ein Kontrahent zu deinem, oder nicht? Ist das auch so ein... Oh, das ist auch schon muscle-couch. Ich glaube, wir haben schon so ein kleines Muscle-Car-Battle. Ist meine ich. Aber wir brauchen beide noch einen Supersportler oder sowas, ja. Aber ich fahre jetzt erstmal... Ich fahre jetzt erstmal zu dir und bring das Auto weg. Solange bestellt ihr schon mal ein Flugzeug. Ich bin gleich da. Yo, Max, Alter, ich bin da. Was geht ab? Alle, bist du schon bereit? Okay, dann fahre los. Ich werde starten. Guck mal, fahre los. Ich bin so schnell wie dein. Du. Oh, viel Spaß. Viel Spaß, Leute. Und wir gehen in die... So, jetzt heißt nichts. Brauche ich safe noch was Großes. Du brauchst was Großes oder einen Supersportler. Da kannst du auch mal die Augen offen halten. Ja, Supersportler brauch ich auch noch. Aber das würde ich mir als letztes holen, tatsächlich. Ja, ich glaube, das ist das Schwerste, Bro. Wir haben uns auf jeden Fall die schwerste Disziplin dann zuletzt ausgemacht. Aber hier, auf der Brücke, sage ich dir ganz ehrlich, waren bis jetzt die größten Autos, die gesehen haben. Zementbagger, dieser komische Rufel LKW. Ja, hier ist so viel Hafengebiets. Nimmer viele... Ja, die hat Transporte unterwegs halt, ne? Die müssten auch irgendwie arbeiten, ne? Ja, so auf jeden Fall unterwegs. Weil ich sagen muss, hier gerade wenig so LKWs. Oh, da unten ist ein Beton... Oh, Betonmischer. Betonmischer, gehst du mit Betonmischer oder was? Betonmischer könnte... Könnte gut sein. Konkurrenz sein zu deinem Ding. Dahinter dran... Oh, das sind viele, das sind viele, das sind viele LKWs und so. Also, ich glaube, wenn du schleudert, sitzt jetzt... Oh, da ist der geschleudert. Und jetzt Fallschirn zünden, mein Freund. Also, das sind wirklich sehr viele große Autos. Aber, Max, du musst auch noch perfekt landen. Das Auto, wo du am nächsten landest, ist dein Auto, ne? Also, wenn du jetzt irgendwie die Landung verkackst, dann kann es sein, dass du vielleicht ein kleines Auto bekommst. Weißt du das, oder? Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Alles gut. Oh, da fährt auch ein schöner LKW oder so. Der ist genau unter mir, ich sehe ihn. Ich sehe ihn genau unter mir. Der Betonmischer, da ist auch noch ein LKW ein bisschen weiter vorne. Da auch noch... Oh, ich merke schon, welchen du hier angepeilt hast. Mal gucken, ob Max es schafft, bei dem Betonmischer zu landen, Leute. Ist auf jeden Fall... Oh, jetzt hier bei der Brücke wird es kritisch ein bisschen. Guck mal, oh, der wird jetzt ein bisschen schneller. Musst du auch mal auf die Tube, bis in den Fallschirm fliegen. Oh, oh, du verlierst ihn. Du verlierst ihn. Du verlierst ihn. Oh nein, der bremsst ab. Oh nein, der ist gut. Oh no, oh, der ist clean, der ist clean. Ich bin der Profi Fallschirmpilot, ja. Der war clean, da kann man nichts sagen, Leute. Dann schnapp ihn dir, mein Freundchen. Oh nein, 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 nein. Alter, Max, du hast den Ecke vor deinem Beton... Oh. Aussteigen hier, Junge. Aussteigen raus. Ich sag dir ehrlich, der Betonmischer sieht echt aus wie ein guter Gegner. Ich bin richtig gespannt bei unserem... Welcher klasse wird... Ja, da bin ich auch gespannt. Ich würde sagen, komm jetzt erstmal wieder zurück und wir warten erstmal auf dich. Let's go. Yo, Max, bist du auch endlich mal angekommen, oder was? Ja, ich bin ready. Also, ich flieg mal los, ja. Ich bin hier mit meinem kleinen Düsenjet unterwegs diesmal. Mit mal wieder, ja, Fallschirm, allem drum und dran. Und ich sag dir ehrlich, ich muss die Augen offen halten für einen Supersportwagen, weil... Ja, ich weiß nicht, in welches Gebiet würde ich jetzt verliegen, um einen Supersportler zu finden. Vielleicht in einem reichen Gebiet oder so. Ich hab echt keine Ahnung, Leute. Wir müssen auf jeden Fall schön die Euglein offen halten. Da fliegen auch Helikopter rum, alles drum und dran. So. Was hat... Was ist das denn? Keine Ahnung. Ich fliege jetzt mal weiter, Leute. Keine Ahnung. So, Max, siehst du, ich bin hier jetzt gerade beim Golfplatz. Im letzten Battle habe ich hier beim Golfplatz ein richtig luxuriöses Auto gefunden. Da kann man auf jeden Fall mit dem Parkplatz mal luschen. Hier war mal Lamborghini und alles. Nee, der ist einfach komplett leer diesmal. Was ist das denn hier bei der Millionärsvilla? Was? Wo hat der Playboy-Villa seine Millionärsdinger geparkt, ey? Okay, okay, das ist ganz komisch. Vielleicht hier bei den Millionärshäusern. Nein, okay, alles klar. Ich habe ein kleines Problem. Mein Plan ist irgendwie ein bisschen schiefgegangen, sage ich dir ehrlich. Also ich hatte eigentlich vor, hier gerade ein Auto easy zu snacken. Aber scheinbar wird es gar nicht so easy, wie ich dachte. Okay, ich fliege einfach da ein bisschen höher. Und nein, 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 nein. Der Schleuder sitzt! Oh! Oh, ei, 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 ei. Max, ich habe ein Problem. Ich wurde rausgeschleudert. Oh je, oh je, oh je. Oh nein, oh nein. Jetzt brauche ich was Gutes. Ich brauche noch ein Sportwagen, ein schnelles Fahrzeug. Wie soll ich ein Battle gewinnen ohne schnelles Fahrzeug? Bestimmt, es ist ein Rennen oder so. Nein, nein, nein. Aber das Ding ist, auch hier war es aufgefallen, als ich hier vorbeigeflogen bin. Auf dem Helipad steht einfach ein Auto oder so. Aber ich weiß nicht, ob das ein gutes Auto ist, bro. Mal gucken, was das ist, Alter. So, was ist das? Kannst du das erkennen, Bro? Seit wann ist ein Auto auf dem Helipid? Ja, das sieht ganz komisch aus. Warum steht das da oben? Ja, keine Ahnung, Bro. Ist das ein Helikopter vielleicht? Oder ein Bug drum oder so? Oder ich nehme einfach... Komm, wenn es ein Helikopter ist, kann ich es ja einfach nehmen. Und dann vielleicht das Reim mit einem Helikopter bestreiten oder nicht. So, ich versuche einfach mal da zu landen. Was ist das denn? Leute, erken... Oha. 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 Oha, Max. Alter, Max, was ist das? Hä, was ist das denn, Bro? Ich glaube, das ist ein Turboauto mit Turboantrieb, Bro. Oh, mein Gott, das ist ein Scramchat, Junge. Checkst du das? Bro, ich weiß nicht, was das ist, aber... Warte mal. Wieso ist das ein Helipid? Wie soll ich hier runterkommen, Bro? Wie soll ich hier... Ich kann doch fliegen und springen, Bro. Wow. Wow. Alter, das ist krank. Das ist krank, Bro. Das ist krank. Okay, ich glaube, ich habe meinen Supersportwagen gefunden, Brody. Ich glaube, damit bin ich sehr zufrieden im Race. Ich bin gespannt, ob du das Ganze toppen kannst. Also, da hilft dir, glaube ich, nicht mal ein Lamborghini. Aber ich komme jetzt erst mal zu dir angeflogen. Wuhu. Yeah. Leute, Leute, ich habe jetzt mein letztes Fahrzeug hergebracht. Max, bist du schon in deinem Flugzeug ready? Ja, du kommst angeflogen und ich komme weggeflogen. Ja, viel Spaß. Ich wünsche dir... Ey, Max wird mich niemals toppen. Also, ich weiß wirklich nicht, was du da machst. Also, ich sage dir ehrlich, um gegen mein Auto anzukommen, vielleicht gehe ich zum Flughafen und nehme dir ein Flugzeug. Bro, das Ding ist, mir hat das gerade Glück gebracht, hier in die Richtung zu fliegen. Deswegen schaue ich hier mal ein bisschen rum. Bro, ich sage dir ganz ehrlich, also for real, ich kann springen, ich kann boosten. Das ist schon ehrlich krass. Ich weiß nicht, also, eigentlich würde ich dir am liebsten raten, in deinem Jet da drin zu bleiben, damit du eine Chance hast, aber... Vielleicht sind ja irgendwie so reiche Leute am Flughafen oder so. Oder vielleicht ein kleiner Flugzeug. Kannst du auch machen. Ich sage dir ehrlich, komm, probier es doch. Aber mit dem Flugzeug kannst du kein Rennen fahren, das Ding kann nur fliegen. Ja, kann nur fliegen, aber... Bro, schau mal, siehst du dieses pinkene Ding hier auf dem Dach stehen? Was ist das denn? Bro, da steht ein Lamborghini oder so wahrscheinlich. Hat ein pinkes Auto, das fällt doch normal auf. Irgendein Lambo oder so, das steht halt da, da hat ein Reiche. Aber siehst du das da auf dem Parkdeck? Was ist das denn? Ja, ein Sportwagen wahrscheinlich halt, ne? Pass auf, dass dein Sitz sich löst gleich, ne? Ja, warte, ich schlappe. Nicht, dass... Ist das scheiße? Ja, dann kannst du... Oh nein, 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 das wusste ich! Okay, Leute, ich muss jetzt all in gehen, ich muss jetzt all in gehen, ich muss jetzt gucken, was das da ist. Bro, das ist nur ein kleiner Sportwagen, geh da lieber nicht hin, also wirklich. Hä? Guck mal, geh lieber zum Privatjet, hol dir lieber ein Flugzeug oder so. Also, ja, sieht aus wie ein schöner Sportwagen, also... Hä, das ist okay, ein Sportwagen ist schon mal gut. Ja, ist okay. Aber was für ein Sportwagen, ich muss ein bisschen näher reinkommen. Ja, wahrscheinlich ein Lambo oder sowas. Ja, sieht aus wie so ein Lambo oder so. Ja, Lambo, Lamborghini. Bro, Bro, das ist ein Rocket, das ist ein Rocket Voltic. Digga, seit was steht hier oben auf dem Parkdeck, Mann? Oh mein Gott, kann vielleicht nicht springen wie deiner, aber auch Raketenantrieb. Ich sag dir ehrlich, damit hab ich jetzt nicht gerechnet, aber... Let's go! Komm, boos einmal hier diese kleine Treppe hoch, Digga. So, ich kann mal hier den Charakter nehmen. Ja, ey, das kennst du das selber, wenn du so viele kribbeln. Let's go! Okay, dann fahr mal her, Leute, wir haben unsere Autos und wir treffen uns gleich. Wow, pass auf dich auf, Max! So, Max, da bist du ja endlich angekommen. Das ist unsere Ausbeute, Leute. Beide haben ein Boost-Auto, beide haben ein Muscle-Cut und beide haben ein Schwergewicht. Ich würde sagen, wir haben jetzt kurz Zeit, unsere Autos zu tunen. Färb sie, tune sie, mach was du willst und dann treffen wir uns gleich für das riesige Battle, Leute. Let's go! Bam, Leute, wir haben jetzt unsere Autos getunt. Ich sag dir ganz ehrlich, die blaue Ecke von dir sieht ganz süß aus, aber guck dir mal, wie ich beim Muscle-Cut sind schon aufgetunt. Ja, bam! Richtig mit Spoiler, Meuler und allem drum und dran. Aber Max, guck mal. Es ist Zeit jetzt für das Battle, mein Freundchen. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal ein Battle, worüber ich mich echt... Ich frag mich, wie das ausgehen wird. Nämlich, wir nehmen unsere LKWs und machen ein Sumo-Battle, mein Freundchen. Okay. Ein Sumo-Battle. Also steig ein, wir treffen uns bei der Sumo-Battle-Map, Leute. Und dann geht's los mit dem Sumo-Battle. Let's go! Fahr mal, Alter! Oh Gott, Alter, fahren die langsam. Und das hier ist was. Guck mal, oh mein Gott, Leute, die Schwergewichte. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, Max, willkommen auf der Sumo-Battle-Map, Mordi. Bist du ready? Es geht bis drei. Ich bin ready. Best of three, wer ist stärker? Dein Zement-Wahn oder meine Müllabfuhr da? Bist du bereit? Ja. Drei, zwei, eins, let's go. Okay, Leute, ich hoffe, ich habe mich richtig entschieden. Zement gegen Müll. Oh, nein. Oh, nein. Nein. Okay, die erste. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich wirklich schneller war oder ob ich den Start besser getroffen habe. Aber eins zu null. Bist du ready, Brody? Ich bin ready. Drei, zwei, eins, let's go. Okay. Okay, ich sage dir, okay, jetzt ist spannend. Okay. Nein, 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 nein. Oh, mein Gott, mein Gott. Oh, mein Gott, mein Gott, diese Beine sind fast gleich stark, aber ich habe das Gefühl, deine ist ein bisschen stärker. Ich wünsche mich mehr zurück. Oh, mein Gott, was passiert hier? Was ist das hier? Titan-Wertel, nein. Wo ist das hier? Jetzt komm, komm. Nein, 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 nein. Oh, mein Gott, was passiert hier? Ich muss dich irgendwie auch playen. Und jetzt? Nein, hat... Doch, 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 das war gut. Nein, 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 nein. Alter, mit dir, Junge. Alter, was war das für ein Kampf gerade? 1 zu 1. Okay, 3, 2, 1, let's go, let's go, let's go. Oh, 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 oh. Ja, weg mit dir. Nein. Und perfekt den Boost, die Boost-Fläche ausgelöst. Was war das denn? Okay, komm, wir machen noch einen. Ich würde sagen, ey, das macht echt Bock mit den Autos, weil die so beide so, wie soll ich sagen, ausgeglichen sind. Ja, wo bist du denn? Okay, bist du ready? Mein Freundchen, komm auf Position. 3, 2, 1, let's go, let's go, let's go, let's go. Und, oh, okay. Jaja, ich habe gar keine Chance, Emil. Ich glaube, meine Müllabfuhr, was hinten ist, Leute, ist einfach zu wild. Und damit geht der erste Punkt an mich. Ja, und das war doch so ein Lucky Punch. Ich bin zufällig drauf gelandet und du hast so gezielt drauf geflogen. Und deswegen, Leute, gehen wir zum nächsten Battle. Let's go. So, Max, wir sind hier wieder an. Warte mal, warte mal, was ist die nächste? So, Max, bist du bereit für die nächste Disziplin? Und zwar, dafür wird unser Überraschungsauto genommen, nämlich die Muscle Cars. Wir werden uns nämlich fangen. Zwei Minuten lang fangen. Der Letzte, der Fänger ist, der, ja, der verliert halt, ne? Deswegen würde ich sagen, komm, weil ich den ersten Punkt gemacht habe, fahr einfach los. Ich fange dich als erstes. Let's go. Ich, guck mal, ich bin direkt schon hinter dir. Ich bin direkt. Du hast dich auf mich gesprächelt. Oh, ich hab dich gleich, ich hab dich gleich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, 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 nein. Oh, hast du smooth gemacht. Okay. Abgeschüttelt. Hast du smooth gemacht? Zwei Minuten musst du mich abschütteln, mein Freundchen. Zwei Minütchen. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich werde jetzt erstmal mein ganz entspannten GPS-Signal zu dir senden. Aber das Ding ist, mein Wagen ist gar nicht mal so schnell. Also der ist irgendwie gefühlt bei 160 km heiß da aus. Echt? Bei 160? Der ist echt nicht so schnell. Ich darf hier nicht auf Highspeed gehen. Ich muss irgendwie viel Kurven fahren oder so. Okay, ja, du musst die Kurven nehmen, ganz gut. Ja, nimm doch mal den nächsten. Aha. Okay. Aber du musst nur noch, ich sag dir ganz ehrlich, eine Minute durchhalten. Nein, ich crashe. Ich muss mir was einfallen lassen, Leute. Das ist... Nein. Nein, 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 nein. Da muss man sich was einfallen lassen. Max, wo bist du? Nein. Ich war hier. Oh mein Gott, hä? Das wäre die Chance gewesen. Oh nein, nein, nein. Die Zeit wird knapp. Die Zeit wird knapp. Du bist ja der Abkürzungs-Boss hier. Der abgekürzte Boss. Nein, hab ich. Nein, hab ich verrückt. Ich hab dich berührt. Oh mein Gott. Ey, Bro. Jetzt schnell, jetzt schnell, jetzt schnell, jetzt schnell. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Hä, Leute, wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Max, bist du blind eigentlich? Ich bin immer noch da, wo wir waren. Hä? Oh nein. Bist du hin, Leute? Warte, ich muss den GPS-Signal aktivieren. Oh oh. Oh oh. Nein, 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 nein. Nein. Ich komme hier nicht mehr raus. Ja, aber... Aber wir tun uns doch jetzt gegenseitig die ganze Zeit berühren. So, und ich hab dich jetzt berührt. Mir egal. Mir egal. Oh nein. Nein. Nein, nein. Berührt. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Und das sind die letzten Sekunden, die laufen nur noch 20 Sekunden. 20 Sekunden. Nein. Nein. Ja. Hab ich berührt. Nein, 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 nein. 10 Sekunden, 10 Sekunden, 10 Sekunden. Nein. 90 Sekunden. Und wieder. Ja. Was ist passiert hier? Oh mein Gott. Was ist dein Battle? Was ist dein Battle? Jetzt geht der und weg hier. 4, 2, 1. Oh mein Gott. Alter. Das war crazy. Das war crazy. Oh mein Gott, Leute. 1 zu 1. Und wir gehen zum letzten Battle mit unseren Rocket Autos. Let's go. So, Max. Steig jetzt ein mit der Rostlobe. Wir werden heute ein kleines Rennen machen. Und zwar, wir werden auch hier direkt starten am Strand. Ich bitte dich hier mit mir mitzukommen. Das ist halt Jump-Funktion. Das ist schon krass. Ich, ja, ich könnte auch mich richtig in die, in die Kacke jumpen. Und man muss hier mit dem Wasser aufpassen an dem Rand, ne? So, und zwar, öffne bitte deine Karte, mein Freundchen. Ja. Und du siehst ja, ähm, hier, wie soll ich sagen, ganz, äh, oben links, also mittig, da ungefähr, wo dein Haus ist, den Klamottenland und den Shop, also und den Ankerpunkt. Ja. Genau dahin zum Klamottenshop müssen wir kommen. Wie? Egal. Bist du ready? Ich bin ready. Drei, zwei, eins, let's go, let's go, let's go. Okay, du boostest jetzt schon direkt am Anfang. Das Ding ist, Russik kann springen, er hat da so einen kleinen Vorteil. Bro, ich sag dir ehrlich, ich hab ein bisschen Angst gerade zu springen, weil wenn man jetzt Wasser fliegt, dann ist man raus. So, weißt du, wie ich meine? Ja. So, dann ist man raus. Aber ich könnte einfach hier zum Beispiel jetzt so einen Jumper machen und dann boost. Er kann halt einfach über den Pier drüber springen, boosten und so. Nein, ich crash direkt. Oh mein Gott, das sind schon gute Dinger hier. Bro, ich sag dir ehrlich, aber ich bin echt gut gecrashed gerade. Okay, und mein Boost? Ich fahre ja relativ normal eigentlich nur auf den Straßen, bin auch gar nicht so viel am Boost, ich mache jetzt erst den zweiten Boost. Wo bist du, wo bist du so? Ich versuche das ein bisschen zu kontrollieren. Okay, ich bin eigentlich ganz gut hier gleich auf der Autobahn. Bist du schon bei deinem Haus? Hä, was, bei meinem Haus, hä? Ja. Bei weitem nicht. Bei weitem nicht, okay. Ich bin jetzt erst auf der Autobahn, oh, Russi, ist safe vorne. Oh nein, ich bin übelst gekriegt. Du konntest halt einfach über diesen Pier drüber springen. Bro, das Ding ist, ich bin auch einfach ganz entspannt hier gerade kurz, bevor ich mit den Autobahn-Autos crashe, hochgesprungen. Ja, das ist schon gut. Aber jetzt gerade fahre ich hier auch wieder ganz normal. Ich weiß nicht, ich gucke mal nach hinten, ich sehe dich gerade nicht. Ich bin bald bei deinem Haus. Okay, hier muss man auch aufpassen mit Boost, ich mal, dass man ins Wasser fliegt, Leute. So, wo bist du denn, Max? Ja, ich glaube, ich bin ganz gut. Ich bin jetzt gleich bei deinem Haus. Und du so? Obwohl, Russi ist sehr weit vor mir. Okay, Leute, ich glaube, das ist auch eigentlich ein sicheres Ding hier. Ich könnte aber nochmal versuchen, Risiko... Nein, 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 nein. Okay, das war vielleicht ein bisschen zu viel Risiko, bitte. Nein, 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 nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich bin da. Wie, du bist da? Wie, du bist da? Ich hab dich verarscht. Wie, du bist da? Ich war voll knapp hinter dir und als du hochgebustet bist, da bin ich einfach hier reingefahren gerade. Du bist so ein 31er. Du hast mich die ganze Zeit gesehen? Ich war die ganze Zeit hinter dir, ich hab dich gesehen. Was? Und ich hab einfach Risiko gemacht? Hättest du nicht geboostet, wärst du vor mir hier gewesen. Ja, aber ich wollte einfach so einen Jumper noch machen. Du kleiner 31er. Sagen wir einfach unentschieden. Schäm dich dafür, Leute. Habt ihr das gesehen, was ich hier entriebe? Sagen wir einfach unentschieden, Leute. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich würde sagen, das war ein krasses Fallschirm-Bett. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein dickes Like da. Abonniert den Kanal. Checkt Mike's ab und schreibt in die Kommentare. Sollen wir als nächstes vielleicht, ja, ein Motorrad finden oder so? Wäre doch auch mal spannend, ein Motorrad zu finden oder sowas. Bis zum nächsten Video. Ciao.